Heute bin ich in einer ganz besonderen Location. Heute bin ich im Ellington Hotel in der Nürnberger Straße 50 bis 55. Und zwar war ich hier zu einer Meinungsumfrage. Und zwar ging es dabei um Musiktitel. Da musste man Musiktitel kennen und zuordnen. Und jetzt lasse ich mir natürlich gleich einen Cappuccino kommen, den es auch mit laktosefreier Milch gibt. Dazu gibt es einen leckeren Keks, hatte ich ja in einer Berliner Kaffee Rösterei auch schon mal bekommen. Die sind ja super lecker. Oh ja, Milchschaum ist auch schön. Schön warm und schön heiß ist er auch. Die ist heute. Laktosefreie Milch. Ja, schmeckt lecker. Also der Schaum mit dem Kaffee schmeckt schon mal lecker. Jetzt koste ich mal den Rest. So, leckerer, runder, super leckerer Cappuccino war das. Der Keks war sehr sehr hart, aber der muss ja wohl so sein. War mit zwei Nüssen drin, auch sehr harte Nüsse drin und irgendwelche Würzen. Ja, ich fand ihn okay, wobei der Keks im Berliner Kaffee Rösterei mir noch besser schmeckte. Aber, soma soma muss ich sagen. Lecker, lecker, lecker. Milchschaum bis zum Schluss. Und eine angenehme Atmosphäre hier. Man sitzt auf Leder Couch Garnituren, man kann sich auch an den Tisch setzen. Also kann ich nur empfehlen. Vier Euro kostet hier. Also, bis später.